Ich hab jetzt keinen Bock mehr auf den Scheiß da. Eins, zwei, genau. Die blaue Orchidee, die muss ich aber auch irgendwo haben. Die Blumen wäre ja einfach gewesen. Oh, das fappt er jetzt davon. Was denn? Bin ich da hoch geflogen? Boah, ich weiß gleich aus. Sieben... Acht. 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 Hm. Knochenmehl. Es sind nur acht Blumen, die wir bis jetzt haben, aber das ist nur einmal, wir brauchen es dann mehrmals. Das sind ja auch keine scheiß Fickviecher, die mich hier runterschießen. Komm, heil du Typ. Mann, mach hinne jetzt. Ich glaube, diese blaue Orchidee bekommt man nicht, wenn man hier das so macht. Das ist glaube ich auch, ne? So aus. Hm. Naja. Was fehlt denn dann noch? Na, na, was fehlt denn dann noch? Ne, hier. Man hört's. Klima hört's. Ich höre's halt. Ich weiß nicht, weder höre ich's von dir, was ich nicht glaube, oder ich höre's hier im Spiel ganz, ganz leise. Auf jeden Fall höre ich, dass Gras kaputt gemacht wird. Ich glaube, jetzt hier überall mal zwei Fensterscheiben raus, dass man hier durch kann. Das ist zwar Besuchsamkeitsverschwendung, aber ich denke nicht, dass wir da nochmal Bock haben, jetzt halt von Ast zu Ast zu springen. Irgendwweise von Fensterband zu Fensterband. Da wollen wir ein bisschen übereifrig mit dem Glas platzieren, wa? Hm. Oh, auf jeden Fall Sporzellanssternchen. Fünfmal brauchen wir sie eigentlich nur. Fünfmal plus zwei. Äh, hast du die mitgenommen? Äh, Blumen hab ich keine mehr, nein. Nein, schau mal, die, äh, die, die Töpfe. Die Töpfe hab ich, ich hab alle platziert, also musst nur noch die Blumen reinmachen. Also hast du keine Töpfe mehr, oder was? Doch, Töpfe hab ich schon noch. Ja, wie viel denn? 23. Dann gib mal 10. Oh, zum ersten Mal, da ist schon wieder mal nichts mehr zu essen. Ich mach mal 10 runter. Ich mach mal 10 runter. Ich mach mal 10 runter. Was? Ohne, das steht jetzt wieder da unten. Ich geh mal nicht in den großen Raum, weil da wird nämlich sowieso jetzt der Teufel los sein. Eigentlich nicht. Passt. Hm, stimmt sogar. Ist gar nichts los. Da ist ausgeläuchtet, da kann nichts wollen. Äh, bei dem, wo die rote Wolle drin ist, nicht? Das ist überall ausgeläuchtet. Ja, komm mal hier hoch, hier ist gar nichts ausgeleuchtet. Hier ist nicht eine einzige Fackel. Ja, da oben ist ja auch noch nichts drin. Ja, also, den Raum meine ich hier. Guck mal, das sind Creeper, die hinten fast alle, fast eine Redstone-Schaltung weggesprengt. Oh, geh mal bitte aber weg. Hab ich ihn jetzt noch nicht platziert. Alter, was macht der Typ denn? Der war jetzt feiner da runtergeflogen. Gelbe Blumen, wie sind sie hier? Acht. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Genau, jetzt fehlen noch zwei. Welche wären das? Boah, fixig, fixig. Ah, die ist deren Lauch und die blaue Orchidee, die beiden fehlen. Die kann man bestimmt nicht aus dem hier holen, also. Naja, die kannst du nur in diesem Blumenbiom finden. Viel Spaß. Beim Aufsuchen dieses ganz speziellen Biom, das es total selten gibt, genauso wie dieses komische. Ich hatte blaue Orchidee schon mal mitgenommen, das weiß ich. Oh yeah, der Orchidee ist gleich wieder durchgebrannt. Da ist es super schön. Ja. Haben wir noch Wolle? Ja. Ich nehme einfach mal die rote. Nee, gut. Rote, ich nehme jetzt einfach die rote Wolle. Ja, nur drei. Mit einfach so'n bisschen holen. Hey you dear, schnell you're a little here. Und dann Betten legen, so, äh, Bettlegen, Bett, Bettlegerisch werden. Was? Bettlegerisch werden. Ja, ins Bett legen halt. Was? Ja, was, du Junge. Ach, keine Ahnung. Junge, ist das dein Ernst jetzt? Ich geh jetzt mal nach Hose. Ups, nach Hose. Und gucke, ob ich hier diese Blumen habe. Weil ich glaube, ich hab die schon mal mitgenommen. Wie denn das Fickviech, du? Mann, verpiss dich doch. Ja, da sind sie doch. Blau Orchidee, 25 Stück. Aber die anderen, die hab ich nicht. Ja. Ja, da sind sie doch. Ja, da sind sie doch. Die anderen. Dann lassen wir sie. Einfachen Blumentopf, der bleibt leer. Wenn wir sie irgendwann mal finden, dann tun wir sie da rein. Ne, so machen wir das. Ne. Oder? Ne, dann reicht sie so persönlich wieder raus. So, guck, da sind alle Blumen. Es fehlt noch eine. Ähm, ne. Ähm, 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 ähm. Ach stimmt, ich brauch die ja nicht wegschmeißen. Ich kann die ja löschen. Wollen wir mal. Hey, warum hast du das gemacht? Ich wollte eigentlich das Rezept, aber die Scheiß Mode Wechselerei geht mir so auf den Piss. So in welcher Reihenfolge tue ich die jetzt mal machen. Also wir machen jetzt am ganz am Rand. Am Rande des Abgrunds. Aua. Am Abgrund der Dummheit. Dann machen wir die. Dann machen wir die. Und, ähm, komm, machen wir die. Dann machen wir die. 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 Und die. So. Dann machen wir die. Warte, ne, Moment, 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 Moment. Falsch, Falsch, Falsch. Was soll ich denn dir wieder enchanten? Ich hab schon wieder zu viele Level. Ah, 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 ah. Und die. Und die. Und die. Und die. Ja. Wir haben ein Schwert. Mit. Äh, äh, Schärfe, Plünderung, Feuer. Ja. Und Haltbarkeit. Ich weiß nicht. Das war alles drauf. Ich weiß nicht, wie viel Level man dafür braucht. Hm, das werden wir gleich sehen. Okay, dann kann ich schon mal sagen, für die hier, 10,04. Na gut, für mich. Dann muss ich wieder den Scheiß-Mode wechseln. Mann, jetzt muss ich wieder Creative gehen. Ja, für die Weisheit haben wir zu sehen. Also, was willst du? Schärfe auf Maximum. Genau. Plünderung auf Maximum. Genau. Und Verbrennung. Ja, eins. Trauen wir nicht mehr. Verbrennung eins. Ja, geht ja, glaube ich mal. Ich weiß ja nicht. Geht auch zwei. Ne, eins, eins reicht. Ich mein, das tut dann einfach nur länger brennen. Kostet 49. 49. Ja, gut, dann mach halt nur Schärfe und Plünderung. Was kostet das? 40. Und ich hab 36. Dann mach halt erstmal nur Schärfe voll und Plünderung nur so viel wie geht. Und dann mach mal später drauf. Ich hab 8 noch Level also. 32. Oder mach alles drauf, mach alles so, erstmal alles drauf. Mach dann so viel wie geht, dass alles drauf ist. Dann müssen wir den Mod nicht mehr wechseln. Weißt du was ich mein? Ja, 32 Level kostet das jetzt. Mhm. Schärfe 5 und Plünderung 2. So, also so wie ich es jetzt im Inventar hab, so brauch ich es. Okay, dann tu ich es jetzt mal platzieren, ne? Mhm. Plünderung 2 und den Rest kannst du dir dann drauf hauen. So, und jetzt sag mir mal wie ich die Level weg krieg. Du gibst, ähm, XP, das Level was du verbraucht hast, also minus das Level was du verbraucht hast, L und dann hast du es. Oh ne, die Musik kann man mal ganz streng verspielen. Was jetzt mal überhaupt nicht. Und was wollen die von mir? Minus 29. L. 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 ich lege es hier in die kiste in die wertvolle kiste wo auch rohstoffe und so alles drin rumliegt sagen wir mal hier wieder was zusammen zusammen können wir gleich noch mehr ziegelstein machen muss ich natürlich erst wieder diesen drecksnord wechseln ja ja das freudische platzieren von blöcken wie hört man das auto nicht was da immer vorbeifährt was weiß ich was für ein auto vorbeifährt richtig sinnlos als hätten die menschen nachts nichts anderes zu tun als im auto durch die gegend zu fahren und andere leute zu stören er ist richtig reudig so was ganz immer ganz richtig reudig brauchst du noch welche blumentöpfe nösen alle nach ach du machst schon nur weil weiße blumen kann ich noch nicht platzieren hat nämlich nur eine wir müssen die zweite etage den gang mal machen dass da nix mal sporn drinnen da läuft schon wieder ein dreckiger creeper rum weder haben wir noch keine werkbänke hin gemacht hallo zombie kannst mir nix hallo dreckiger creeper kannst mir auch nix wissen der jetzt ich habe den grad nehmen noch da drin rum rennen sehen naja falsch gesprungen so hier was brennt hier da man ist auch ein ofen also ja ich erschrecke jedes mal aufs neue ich denke immer hier brennt irgendwas wenn man da schiss das hier was brennt ich mach die fenster wieder zu ne ja und da sind noch nicht alles drin da das kann auch also hier drüben wo jetzt schon blumen drin sind ja da wo beide blumen drin sind kannst du machen aber so wo war ich denn jetzt bei der roten dann muss vielleicht dieser blumentopf kommen wir lassen drin weil ich habe nämlich die blumen nicht mehr ich habe nämlich zu wenig von denen deswegen kann ich so nicht ganz platzieren alle ach ja dieses platzieren hier ich habe jetzt nur noch jede zweite blume wieder hinwollt wirst du da jetzt die blume rein ja aber dazu zehn jahre später und hier kommt ich habe schon die idee was sein kann man wieder schnell gedacht aber hier wird der einzelne da weiß schon was dahin kommt das müssen wir noch holen ich habe das noch nicht macht doch erstmal diese reihe da bevor du da weiter dann macht doch mal eine mehr hin da auch hier wird so geradeaus durchführer wohl die schaden ein paar da drüben sind nicht da dass da nichts ist da muss ich erst mal so wie soll es sich die außenmauer macht ja dann sagt man weil ich mir ja auch das ist egal ich flieg da jetzt hoch was wollte ich jetzt ich wollte ich wollte ich wollte genau ich wollte was holen ob wir das haben hier weiß ich nicht ah hier sind ja noch hier sind hier noch ja sag mal ja sag mal dass sie ja nicht weiß ich nicht mehr welche reinfolge auf jeden fall sind wir noch so orange habe ich weiß habe ich nicht rote habe ich und die da okay und jetzt kohle ich mir noch gerade mal meiner falsche knopf so gewohnt dass man darauf blick wo ich mir mal hier drüben die schönen komischen stachlichen dinge genannt kaktien schön stachlichen dinge ich meine da wo ein einzelner ding ist ein paar ach zum Glück hat er mich nicht mehr im Visier wir werden nämlich gerade da explodiert wo unsere Kisten stehen so gehen wir eigentlich nicht schlafen weil es nervig ist warum machen wir die Monster nicht einfach aus wieso eigentlich nicht ja warum ich muss bloß sagen dass es so dass ich es machen soll ich habe den comment nicht drin warte ich muss hier gerade ja da wollte ich doch noch mann hätte die Blume raus machen sollen mann Slash difficulty 0 jetzt verlieren wir zwar kein Essen mehr aber gut naja so also hier kann ich mal meinen machen wir anfangen an also er heilt ja von alleine das haben wir haben wir haben wir das kann ich nicht mehr das haben wir das haben wir das haben wir ja gut hier kann ich nicht bin nett hab inett habib 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 kabinett 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 genau passt und hier kommt dann jetzt das rein bisschen du oder